Caterpillar-Motoren werden seit Jahrzehnten unter anderem in der Schifffahrt eingesetzt. Pond Power ist Generalvertreter für Caterpillar und macht dank eigener Engineering-Abteilung fast alles möglich. Wir liefern standard- und kundenspezifische Lösungen. Treibende Kraft ist die Vielfalt in der Schifffahrtsbranche. Jede Branche, jeder Markt hat eigentlich andere Wünsche und braucht eigene Konfigurationen. Und wir liefern, was die Kunden wirklich brauchen. Was uns am meisten auszeichnet, wir sind an Familienunternehmen und an langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert. Wichtig für unsere Kunden ist, dass wir schnellstmöglichst Caterpillar-Originalteile liefern. 98 Prozent davon innerhalb von 24 Stunden. Wir haben umfangreiche Möglichkeiten im eigenen Betrieb. Wir haben ein Schmähöl-Labor, wir können in eigener Halle Motoren überholen und wir liegen am Wasser. Schiffe können also hier längstseits kommen und wir beginnen unmittelbar mit unseren Arbeiten. Das machen wir in unserem Hauptsitz patentrecht, aber auch an weiteren sieben strategisch günstigen Orten nahe bei unseren Kunden. Inside.com ist eine Software, mit der wir Motordaten an Bord eines Schiffes online auslesen und analysieren können. Wir kontrollieren, ob die Performance eines Motors stimmt oder warum nicht. Und mit diesen Angaben können wir dann schneller mit unserem Troubleshooting starten. Für deutsche Reedereien sind wir Service-Dienstleister. Wenn eines ihrer Schiffe in den Niederlanden ist, dann können wir sie hier unterstützen. Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche. Und durch 24 Uhr per Tag, sieben Tagen per week für ihn klaar zu stehen. Ü constructed und da ramp. Und hier deshalb von der Syrien weiter zu Command. Bei uns, dass du G져ЕН und meine Schiffe in dieachufe així eben BURBLE Ghost. So بالrault. Anstatt also sehr wohl einigesочеigeres Pool,